Man merkt einfach, dass es immer anstrengender wird und man immer weniger Möglichkeiten hat, noch was zu verbessern und das macht einem dann manchmal auch irgendwo Angst. Ich bin die Sarah und brauche ganz dringend eine neue Lunge. Und dann kam der Anruf nachts um halb drei. War ganz aufregend. Ich habe irgendwie total Angst, dass ich nicht wach werde. Es kann ein letzter Tag sein. Es kann ein neues Leben sein. Also bei mir, ich hatte einen guten Verlauf, ging es sehr gut. Der Mensch stirbt ja nicht wegen mir. Dann hat es irgendwo auch was Tröstendes, dass es dann eben die Chance gibt, noch Leben zu retten. Es wäre schön, wenn du jetzt diese Nacht klingelst. Es ist hoffentlich der Start ins neue Leben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020